Eine Anlage effizient, sicher und 100%ig zuverlässig errichten und dabei Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten, ist eine besondere Herausforderung. Zudem steigt die Komplexität der Anlagen und der Automatisierung. SIMIT ist die Anlagen-Echtzeitsimulation zum Testen der Automatisierungstechnik durch die virtuelle Inbetriebnahme von Anlagen. Dadurch werden Engineering-Aufwand und Betriebsrisiken minimiert. Die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Anlagen steigt. Wie sich durch den Einsatz von SIMIT die Effizienz in einem Anlagenprojekt erhöht und das Know-how durch Operator-Trainings aufgebaut wird, zeigt das folgende Beispiel. Unser Projektteam besteht aus einem Projektleiter, einem Ingenieur, einem Servicetechniker und einem Operator. Der Ingenieur sorgt dafür, die Automatisierungssoftware im geplanten Zeitrahmen effizient und fehlerfrei zu projektieren. Software-Tests an einer laufenden Anlage sind in der Regel nur bedingt möglich. Programmierfehler werden aus diesem Grund oft nicht rechtzeitig entdeckt. Die möglichen Folgen sind sicherheitsrelevante und technische Grenzsituationen sowie wirtschaftliche Schäden. Mit dem SIMIT Simulation Framework testen Ingenieure die Software bereits während der Engineering-Phase und nehmen sie virtuell in Betrieb. Der Ingenieur kann unabhängig von der Hardware-Verfügbarkeit komplexe Funktionen und Szenarien prüfen. Das Simulationsmodell und die Testszenarios stehen später für Operator-Trainings zur Verfügung. Die Automatisierungsprogramme sind vollständig getestet und die Inbetriebnahme verläuft fehlerfrei und ohne Risiken. Der Terminplan ist eingehalten. Das Kundenpersonal ist durch die rechtzeitigen Trainings bestens auf die Arbeit mit der Anlage vorbereitet. Der Druck bei der realen Inbetriebnahme wird minimiert, da die Anlage ausgiebig getestet wurde.